Ja, ich war wirklich in MrBeasts neuem Video drin. Und wie ich das geschafft hab und wo genau ich eigentlich drin war, zeig ich in diesem Video. Bisschen Background-Informationen. MrBeast hat ja jetzt ein Video hochgeladen, der Name 10 vs. 1000 Player Manhunt. Und, basically, bin ich drin. Also ich habe mitgespielt in diesem Ding. Ich bin einer von den 1000 Playern in dem Manhunt. Ähm, Spoiler auf jeden Fall, ich hab jetzt nicht irgendwie Dream gekillt oder so. Aber es gab gute Szenen, okay? Fälsch, dass ich reinkomme. Ich habe 1000 random Minecraft-Player und 10 der größten YouTuber auf der Plattform. 11 of the biggest, ich bin auch drin, okay? Wenn einer von euch überlebt, dann gebe ich deiner Mutter diese 30.000-Dollar-TV hinter mir. Achso, ja, und by the way, die Hunter, die 1000 Hunter konnten kein Geld bekommen. Also habe ich eigentlich for free mitgemacht. Das ist ein viel Cheddar. Und mit dem beginnt der Challenge. Go, 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 go! Let's go to the ship, we'll get up and, like, as far as... Ich kann mich erinnern, dass ich oft bei diesem Ship war. Well, they have to get all the way back here. I was just seeing you following me, like, oh, God. Release the Hunters! Okay, irgendwo bin ich, irgendwo bin ich. Ich werde jetzt nicht da, ich kann jetzt aber auch nicht bei jedem, bei jedem Clip pausieren. Oh, ich sehe, alle Namen schiffen, oh, ich sehe, alle Namen zu den Wallen. Oh, they're coming up the wall. Ich kann doch nicht immer pausieren. They're coming up, oh, we're screwed. Wait, wait, war ich da direkt? I see all the names to the walls. Oh, they're coming up the wall. They're coming up. Oh, we're screwed, dude. Hey, hey, wait, 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 wait. Find das ich? Mann, das ist, das ist die Qualität, das ist viel zu schlecht. Weil hier ist, hier ist, da ist das grün. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Aber da ist das grün und hier ist das weiß und die Hose ist braun. Wonach ihr suchen müsst. Mein, mein Skin sieht, mein Skin sieht so aus. So ein Schal und so, grüner Schal, braune Hose. Und hier ist es braun und da ist grün und da ist ein Dream. Okay, ich bin drin. Let's go, ich bin in den ersten 40 Sekunden. Let's go, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Easy game. I'm in. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hilfe, Hilfe, es gibt hunderten. Oh, mein Gott, Leute, ihr seid gebeten. Bitte, bitte, hilf mir, Mann. Schau mal an mich. Hey, wo seid ihr, Leute? Warum lag das bei den YouTubern so? Da war ich nicht, ne? Da hab ich mich nur verguckt. Also, irgendein anderer Typ wird im Grünskill. Leute, die kommen jetzt, die kommen jetzt, die kommen jetzt. Schau die Bomben in den Hohen, schau die Bomben in den Hohen. Warte, sind die Leute in den Camping? Meine Mutter will das Tavade. Wenn ein Kabelstück hier rauskommt, macht es dein Leben schwerer. Nein, 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 nein. Es ist nicht da. Der letzte YouTuber, den ihr euch liebt, bekommt dann Geld. Und ich für einer von den tausend Leuten. Sorry, Leute, ich liebe dich, ich rief. Ich mache Freunde mit diesem Frog, er will mir helfen. Ich habe nie verstanden, es wurde nicht erklärt, was die YouTuber überhaupt wirklich können in diesem Modus. Manche haben einfach TNT platziert und ich hatte keine Ahnung, dass es überhaupt möglich war oder so. Also, ich weiß nicht, was das gerade war mit irgendeinem Rainbow-Ding oder so, das habe ich auch nicht gesehen. Sorry, Leute, ich liebe dich, ich rief. Ich mache Freunde mit diesem Frog, er will mir helfen. Okay, Gott, da kommen alle Leute, was tun wir? Sie, 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 wir werden unsere Lande beschädigen. Oh mein Gott. Okay, also ihr seid nur die Schwerpunkte? Also, es funktioniert nicht wirklich. Schrauben, ich gehe über den Weg. Das, was richtig, richtig genervt hat, war aber auch, dass irgendwie manche von denen irgendwann in so einem Container einfach gecampt haben die ganze Zeit. Das Ding ist halt, die Schwerde ist halt so OP, sie können halt jeden Brun hitten. Das war halt übel unfair. Man hat halt keine Chance gehabt, eigentlich. 5! Protektion! Ich bin raus! Warum können Sie das? Ich bin trapped in a tree and there's hundreds of Wait, da war Holzseewo. Hab ich nicht gesehen. Oh mein Gott, ich habe das ganze Lobby an mir, Bro. Es gibt Leute, die einfach einen ähnlichen Skin haben. Wie lange hast du überlebt? Ach so, das habe ich gar nicht erwähnt. Die Hunter können respawnen. Ich bin trapped in a tree. Äh? Ah! Nee, jeder hat eine braune Hose an. Das heißt, mein Skin ergibt, mein Skin ist da übel useless. Ah, 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 es ist sad. Ja, vielleicht war die Person in der Anfangsszene doch nicht ich. Sad. Aber später kommt noch was. Wisst ihr, was auch sad war? Eigentlich habe ich ja sogar aufgenommen, wie ich dieses Mehrland gespielt habe. Das war irgendwie so zwei Stunden lang oder so. Aber ich habe den falschen Monitor aufgenommen. Es wurde mein zweiter Monitor aufgenommen. Ich habe jetzt ein Video-File, wo zwei Stunden lang mein Desktop zu sehen ist. Und nicht Minecraft. Nicht das Gameplay. Das hätte jetzt dieses Video so viel besser machen können, wenn ich noch zeigen könnte, wie es aus meiner Perspektive war. Aber nein, es hat mein Desktop aufgenommen. Das ist so ein bisschen weh! Das ist so ein bisschen weh! Ich brauche Hilfe! Oh Gott! Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin auf dem Boden. George, komm hier! Komm hier! Komm hier! Ja, das meine ich. Die haben sich auch in den Container verkehrt. Hier, schau, schau! Ich habe fast die ganze Welt verloren. Ich gehe nicht wirklich an euch. Ich gehe an euch. Ich habe nie Lust gehabt, dort zu schwimmen. Das war ein Video natürlich. Ich kann ja nicht leuchten überholen. Ich kann nicht schwimmen. Wie konntet ihr sie tracken? Ich glaube, man hatte einen Tracker. Ja, man hatte einen Tracker. Und dann hat er nicht... Ich bin jetzt in den Wasser. Das ist es. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin zurück in full health. Ich habe meine Schwert! Oh Gott! Ich bin auf den Städten geöffnet. Ich bin so tot! Fundy, dein Herz ist sehr hoch. Ja, das ist aber auch 10 gegen 1000. Irgendwie müssen die einen Vorteil haben. Ich bin nicht okay! Ich weiß nicht, was zu tun. Ich bin so hoch! Sie sind besser als ich. Ich bin nicht gut in Minecraft. Ich bin nicht gut in Minecraft. Ich verstehe. Chris und Fundy sind auf der Weg von der Tod. Das ist getting intense. Der Fakt ist, dass ich noch alive after all of this ist incredible. Alright. Chris, du died? Ja, ich bin. Ich bin nicht gut in Minecraft. Wie? Seht ihr, wie OP die waren? Wait, Tommy, are you on the boat? Yeah! I see them! Dude, Tommy, look, I'm down here! If you can get up the ladder, Techno, and you can JITKLICK up here with me, then we won't. Like, no one will get up. I'm getting knocked at the bottom. There's no chance I can get up this ladder. Oh, come on, I'm escaping. Guys, I'm coming to the boat. Tommy, quick, jump down and save me. I'm losing, officer! I know that I can't be here, because I've never really... I've never really fought Tommy. I'll lead them away, Tommy. Don't worry about me. Tell me you're taking them away from me. Whoa! Get away from me! No, I'm gonna die. I'm gonna die. Wait, no, this... Oh, come on. I only got five hearts. No! Wollt das Dream-Targeten, I see? Ja! Aber ich hab Dream nicht... Ich hab Dream nur am Ende gefunden. Eigentlich... Ich war halt immer bei... Kau! Nolan died! Hier könnte ich sein. Nolan? Holy Noah! Uh-oh. Uh-oh! AHHHH! I want to talk about your death, Nolan, but Fungy's about to die, so screw you! Wait, I'm escaping! I'm still alive, I'm escaping this! Oh my God! How am I alive? I just lost two rows of heart, doing that. Fungy, don't give up! Think of your mom! AHHHH! 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 Fundy died. Fundy? I hardly know her. Chris, Nolan, and Fundy all hate their mom. I don't hate my mom. Gentlemen, the border is currently shrinking right now. Good luck! Okay, yeah, okay, da, wo die border... No, 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 right now, the water was my strategy! Oh, come on! Man, ich hab eigentlich immer den ganzen Tag hier vor diesem Container gechillt, aber genau dann, wenn etwas reingekattet wird, bin ich nicht da. AHHHH! Dream! What's 10 times 10? Ja, okay, das ist... You didn't answer quick enough, shrinking again. No! Dream! 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 Good luck everybody! Dude, we have to go, we have to move! All the border, the border, run, 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 run! Ähm, nein. Sieht nicht danach aus, das sieht schlecht finde ich aus. RUN! Dream! Dream, I see you! We're so dead, Dream, you and I! I'm gonna die, I'm gonna die! Bye! Dream, come back! No, I'm sorry, Tekno, I'm not coming back! Wait, I'm just gonna drive to the border! Let's get out of the border! Oh, I got stuck in a hole! There's no way I don't die! It's over! Subscribe to Laserbeam! Subscribe! No! Laserbeam has bit the dust! My mum is unsubscribing from MrBeast! Guys, this is the end for me! Holy crap, Tekno's down to nine hearts! Please, more items! Anything! If you tell people to subscribe! Subscribe! There you go! I've never checked the items, I've never checked. There was one, but there wasn't one. Carl! Carl! Sapnap, there are so many people following Sapnap! I will only give you a supply crate if you upload twice in December. Okay, I will! I will! I promise! I'm trusting you, Sapnap! I got Elytra! Wait, I need something! Carl, I'll give you a supply drop if you give me your mom's number. It is. There you go. Wait, how am I supposed to get that? In two seconds, I'm gonna close the border. Jimmy, wait, don't, please! Alright, the border's been closed. Oh my god, the border's so close. The border needs to stop. Jimmy, I'm out, I'm out now. You got it, you got it. I believe in you, Carl. I'm 100% out. Carl's down to 16 hearts. My care package is outside of the border, Jimmy! You don't need a care package if you're just gonna die. Could you just move me somewhere? I gotta be fair. Hey, da war ich! Oh! Oh shit! Yo! Let's go! Let's go! Das ist ein eindeutiger Beiß, dass ich dabei war, okay? Da kann keiner was sagen. Da kann keiner was sagen. Siehst du? Er guckt mich an, okay? Man sieht den Namen eindeutig. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, okay? Kein Clickbait. Kein Clickbait. Ich hab's wirklich geschafft, okay? Yeah! Let's go! Ich bin auch irgendwie alleine hier. Aus irgendeinem Grund. Ich werde sterben! Karl, du bist auf drei Meter. Karl, schau tief. Denk an deine Mutter. Geh, geh, geh! Und wird er gebrochen? Karl, schau auf die Hände! Wird er sterben? Ich werde sterben! Ich werde sterben! Ich kann mich erinnern, dass ich dort mal war, aber ich weiß nicht. Wahrscheinlich war ich gerade nicht in der Szene. Ich werde sterben! Oh, halb ein Herz! Oh! 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 Dang it! Dang it! Let's find out who will disappoint their mom next. Oh! They found me! They found me! Dream! Dream, I see you! Get away from me! There's like a million idiots chasing me! Oh! No! I'm losing! So, you guys all seem to be struggling, and I have good news. Oh, yeah. I'm gonna shrink the zone again in a minute. Oh, no! Jimmy, why? 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 George, save me! No, I need you to die! I want to win the TV! Oh, Chandler's so close to dying! Chandler, no! Oh! I got three hearts! Chandler, no! I'm dead! No! No, I'm Chandler! Chandler? I hardly know her. There's now five people competing for their moms. We need to meet up together and work together. It's our only- Was? Wo war er denn? I'm good with that. Uh, go ahead and meet up, because the zone's gonna be shrinking quick. Oh, God! The zone is going in so quick! It's going in so quick! We're cutting off 50% of the playing field. Oh, my God! There are so many players confined to this one spot. You guys have to start dying soon. How are you guys still alive? Guys, I'm dropping supply drops for days. There is so much lag. I can't see anything. Yeah, I'm lagging. I'm lagging. Okay, daran kann ich mich erinnern, dass es einfach viel zu stark gelagged hat und die Border viel zu klein war. Und ich weiß noch, wo ich war. Wahrscheinlich wird's nicht gefehlen. I'm lagging so hard! I gotta go to the supply drops! I got all the supply drops! I got all the supply drops! I have like seven Elytras! Set up, Chef! Set up, Chef! Yeah! Wow! Ah! Okay, also quasi. Ich glaub ich war... Ich war, als das hier so kleiner wurde, war ich hier oben. Und man konnte nicht mehr die Treppen hoch, weil die Treppen nicht mehr in der Borderbahn. Das heißt, ich wollte halt nicht runter gehen, weil ich an einem Spot war, zu dem man eigentlich nicht mehr hin kann. Deswegen wollte ich nicht runter. Wahrscheinlich werde ich dadurch keine Screen Time bekommen. I bet, Sabnapp ist irgendwo. He is! Jimmy! Jimmy! Da bin ich! Johohohoho! Easy! Noch mal! Wieder! Wieder! Hey Jimmy! Ich habe hier legittimativ gearbeitet! Ich habe einen Risiko, durch die Mitte zu gehen. Ich habe die Rewards. Ja, sicher. Du kannst dir das erzählen, aber ich gebe ihnen einen Weg, um zu dir zu kommen. Jimmy! Du hast mich verraten! Ja, da bin ich schon wieder. Ja, okay. Da hab ich halt gechillt. Da hab ich halt gechillt. Easy, noch mehr Screen Time. Besser als da unten zu chillen, irgendwie bei Techno oder so. mit dem Rücken zu kämen. Ich habe halt nicht mehr mitbekommen, was passiert ist. Es hat halt viel zu krass gelegt und irgendwie... Ich bin tot. 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 Oh, das ist ganz leer. Nein, ich bin tot. Es wird zu großartig wenn alle aus den Holz zahlen können... Sind alle aus den Holz? Ja, verbunden. Dunkelhelm, alle will ja braunen wissen oder Ja! Das ist so hart, ich bin so... Ich habe versucht, okay? Ich habe versucht. Oh, er ist um zu sterben. Ich habe 2 Hotsam, Jen! Nein, nein! George, answer diese Math-Situation, und ich gebe dir ein Supply Crate. Was ist 13 x 13? Hey, Siri, was ist 13 x 13? 13 x 13. 390! 390! Okay, hier ist ein Supply Drop. 319, was? Warum würde du das rewardieren? Wait, das ist nicht even die richtige Antwort. Wo ist die Supply Crate? Nein, nein, bitte, lasst mich in, lasst mich in! Ich stehle seine Supply. Nein, stopp! George, warum bist du nicht tot? Du hast 1 Hohen. Es passiert so viel im Video, und ich kann eigentlich auch... Ich kann nichts kommentieren hier wirklich. Deswegen bin ich nicht als Reaction Andy geeignet. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Hier passiert viel zu viel. Wenn ich jetzt was sagen will, zu irgendwie, zu dem Supply Crate-Stil, dann sind irgendwie schon 20 andere Sachen sind passiert. Oh, George hat just died! George! Ich denke, das ist das Ende für Technoblade. Technoblade, bitte, wir können forever leben. Ich würde das sehr gerne machen. Du bist mir so emotional. Ich will nur, alle Elytras aus dem Server entfernen. Nein, das ist alles, was ich habe. Server, remove Elytras. Oh, nein. Nein! Technoblade ist so hoch. Ich bin auf halb einem Herz. Wenn man selber mitspielt in diesem Game als Hunter, bekommt man halt nichts mit. Ich bemerke nicht, dass Elytras ausgegangen sind oder so. Man chillt einfach nur die ganze Zeit und wartet halt, bis irgendwie irgendein, irgendein Guy entlang läuft. Nein! Tag, nicht sterben! Ich habe das Beste! Also, ich habe das 30.000-Dollar-TV hier. Kannst du mir deine Adresse? Ja, es ist... Das Video ist vorbei, okay, gut. By the way, man hat gar nicht mal mitbekommen, dass das Game vorbei war, wirklich. Irgendwie, Leute haben einfach noch gewartet oder so, Leute haben gesagt, ey, es laggt viel zu krass, was jetzt? Wird abgebrochen und wurde es gerade abgebrochen? Und dann stand einfach nur noch im Discord, yo, Aufnahme ist vorbei, ihr könnt lieben. Und irgendwie hat keiner gecheckt, was man dann irgendwie machen soll, so, ob das jetzt gescrappt wurde oder nicht. Ey, ich kann euch sogar hier Inside-Inside-Screenshots geben. Guckt euch das an. Yeah, da bin ich und da ist, da ist, äh, George Not Found und hier ist, äh, Sab Nap und ich bin actually drin. Und auch hier, no way. Der fliegt da, ist in Creative. Wo warst du in Dream? Ja, man. Satch, Satch, aber ich war drin. Das ist, das ist, das ist nicht Satch, das ist Pog.